Die Schuldenkrise in Griechenland bringt den Euro unter Druck. 2001 trat das Land unter Angabe falscher Zahlen der Eurozone bei. Rot-Grün hat dies trotz Warnungen zugelassen. Doch damit nicht genug. SPD und Grüne haben aufgrund eigener Unzulänglichkeit den Euro-Stabilitätspakt in verantwortungsloser Weise aufgeweicht. Der Scherbenhaufen liegt nun vor uns und muss mühsam aufgekehrt werden. Die Pleite eines Euro-Mitglieds hätte ernste Folgen für den gesamten Wirtschaftsraum Europa. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas. Als Exportnation profitiert Deutschland von der gemeinsamen Währung. So würde eine eigene, starke Währung, wie früher die D-Mark, unsere Produkte im Ausland so verteuern, dass wir weniger verkaufen. Dann hätten wir die gleichen Probleme wie derzeit die Schweiz. Um den Euro zu stabilisieren, muss schnell gehandelt werden. Mit dem kurzfristigen Maßnahmenpaket EFSF wird dies ermöglicht. Wobei der Deutsche Bundestag künftig jeder Maßnahme vorher zustimmen muss. Diesen Parlamentsvorbehalt hat die FDP durchgesetzt. Er ist für uns eine der elementaren Bedingungen. Es wäre falsch, Europa und den Euroraum bloß mit möglichst viel Geld der Steuerzahler zu sichern. Wir machen das Richtige. Wir helfen den betroffenen Ländern. Aber nur, wenn sie dafür auch entschlossen Reformen einleiten und ihre Probleme lösen. Der Euro soll auch in Zukunft stabil bleiben. Dafür kämpfen wir Liberale. Deswegen muss ein dauerhafter Stabilitätsmechanismus eingeführt werden. Auch dieser darf Hilfen nur unter strengen Sanierungsbedingungen gewähren. Wir wollen, dass der Euro stark und ihre Ersparnisse sicher sind. Deswegen müssen wir für die Stabilisierung des Euros sorgen. Die Liberalen werden die Bedingungen dafür schaffen. Nur so können wir Europa erfolgreich gestalten, die europäische Integration fortsetzen und festigen. Die FDP ist und bleibt die Partei der europäischen Integration und der Wirtschaftskompetenz. Die FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag